Yo, was geht? Hier ist wieder euer David. Herzlich Willkommen zu einer neuen Serie. In dieser Serie werdet ihr erfahren, wie meine Schlagtechnik funktioniert. Das heißt, in den nächsten Videos erfahrt ihr, wie ich meine Finger benutze. Dann erfahrt ihr, wie ich meine Unterarme benutze. Dann erfahrt ihr, was es mit den Oberarmen auf sich hat. Ja, und anschließend erfahrt ihr, warum ich aus dem vollen Bein spiele. Somit wünsche ich euch nun sehr viel Spaß mit der neuen Serie. Vielen Dank fürs Anschauen. Macht es gut. Ciao.